Was den Alltag schöner macht Als er klein war, träumte er oft vom Großsein, von großen Erfindungen. Er war ein guter Beobachter des Alltags und erwies sich frühzeitig als recht praktischer Mensch. Wenn er groß wäre, wollte er also ein Erfinder sein. Er würde sich das Leben viel, viel leichter machen, indem er beispielsweise ein Radio erfände, das morgens zu einer bestimmten Zeit ganz von alleine anginge. Eine Kaffeemaschine müsste er haben, die sich selbst anstellte und dann den Kaffee und die Zeitung ans Bett brächte. Ein Bett, das eigenhändig Kissen und Decken ausschüttelte und danach ordentlich zurechtlegte. Eine Wohnung, die sich irgendwie selbstständig reinigte. Ein Kühlschrank, der sich einfach selbstverantwortlich fühlte. Und ein Herd, der ohne Anleitung Speisen kochte. Topfpflanzen, die seine Pflege niemals bräuchten, würde der kleine Mann haben, wenn er groß wäre. Müll, der wie von Geisterhand verschwende. Und Wäsche, könnte er sich vorstellen, träumte der Junge. Wäsche, die sich ohne sein Zutun wusch, auf- und abhängte, bügelte und in den Schrank legte. Das alles, so träumte der Junge, könnte er erfinden, wenn er groß wäre, um sich den Alltag bequemer zu machen. Als er groß war, heiratete er. Das alles, so träumt ihn, kann er셔서 진ieg hamą. Das alles, so träumte unsercommun 곁. Ja.